Blöd. Ah, hier. Bezeichnung Embryonalgewebe eines Augments. Gegenstand 051104. Forschungsleiter Dr. T.S. Huxley-Bain. Entdeckung geheim. Cool Station 12. 2055. Proben des Embryonalgewebes vom menschlichen Augments, die auf Cool Station 12 genommen wurden, werden derzeit auf Einordnung von 631 hin ins Stasis aufgefahren. Ah, sonst bin ich doch allein langsam. Ist doch nicht euer Bimbo. Bezeichnung Töksutat. Gegenstand 020290. Forschungsleiter Dr. Masayuki Takahati. Entdeckung Jean-Luc Picard. Rieser. 2366. Ein Quantenphasen-Inhibitor, der im 27. Jahrhundert von Caldeno entwickelt wurde. Nachdem Jean-Luc Picard das Artefakt entdeckt hatte, machte er sich eine Liste zunutze und möchte... LIST zunutze? Möchte gern, Schatzsieger zu täuschen. Siehe Transporter-Code 14 bzw. Manöver-Code 14. Als Folge davon galt der Töksutat-Galaxie weit als zerstört. Admiral, die Breen scheinen sich von der Erde zurückzuziehen. Wir können sie auf das Schiff zurückbiegen, wenn sie bereit sind. Nehmen Sie uns hoch und bereiten Sie das Schiff für einen temporalen Übergang vor. Oberde Wie ich schon sagte, diese Mission ist geheim. Wir wissen, es könnte Auswirkungen auf zukünftige Ereignisse haben. Es tut mir leid, aber das bleibt vorerst mein Geheimnis. Wichtig ist, dass wir den Gesandten und seine Verbündeten aufhalten. Nächstes Mal könnten wir weniger Glück haben. Ich nehme denn diesmal für den Knall. Oh, ja, das gefällt mir. Genehmig. So. Dann geht es mal weiter. Was kommt jetzt für eine Mission? Ich weiß nicht, ich bin total kaputt. Müde und so. Aber ich hätte auch Lust weiter zu spielen. Aber es ist scheiße, wenn ich da mitten dazwischen aufhöre. Ich glaube, ich werde jetzt erst mal für heute aufhören. Sagen immer Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß bei allen zu den Zuschauern. Wenn es euch gefällt, wisst ihr was zu tun ist. Ich bin später wieder da. Zwischen 18 und 20 Uhr diesmal. Oder? Ja, ca. 18 und 20 Uhr werde ich wieder sein. Vielleicht auch erst 22 Uhr, muss ich schauen. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei allen zu den Zuschauern. Wenn es euch gefällt, wisst ihr was zu tun ist. Ich bin dann erst mal weg. Euch noch viel Spaß. Bis dann. Gute Nacht. Ciao, ciao.